Braunschweig-Sauer-Karte, ich hab hier von VRL die Dauer-Karte. Ist die nicht so gern gesehen. Peace, Leute. Heute mal aus der ungewohnten Position. Ich bin nämlich in Wolfsburg, an der Volkswagen-Arena. Heute ist nämlich ein besonderer Tag. Unser Spielt heute Deutschland gegen Serbien. Ich bin natürlich wieder als vollkommener Serbier hier ausgestattet. Leute, ihr kennt es. Natürlich, Leute, wenn man Deutschland gegen Serbien spielt, bin ich natürlich für Serbien heute am Start. Aber ich will Deutschland natürlich auch die Daumen. Wie gesagt, ich bin hier an der Volkswagen-Arena. Es ist ziemlich voll hier. Wir haben jetzt extra hier einen Plätzen gesucht, was halbwegs ruhig ist. Und es ist schon einiges passiert heute. Ich war schon in einem Interview von RTL. Die haben mir einige Fragen zu Fußballgeschehnissen gestellt, wie zum Beispiel von Leroy Sané, dass er mit einer 25.000-Euro-Jacke zum Fußballtraining gekommen ist. Wie ja so typische RTL-Fragen halt. Ich kriege gar keinen Jucken, Junge, meine Stress. Dazu kommt vielleicht morgen noch ein Video, weil er meinte nämlich, der Bericht kommt nämlich morgen bei RTL aktuell um 18.45 Uhr online. Wir haben es gerade um 20.19 Uhr, das Spiel fängt um 20.45 Uhr an. Da hinten sind die Kommune immer ausrasten, die Serben. Ultra nice, Leute. Heute ist nämlich ein ultra wichtiges Spiel vor Deutschland. Es ist das erste Länderspiel in diesem Jahr für die. Wir werden jetzt auf jeden Fall reingehen, Leute, gucken auf jeden Fall, wie das Steine von innen aussieht. Und dann will ich sagen, Leute, let's go, let's go. Leute, der Blog wird so random. Ich habe viel zu spät angefangen aufzunehmen. Ich wollte eigentlich dieses Interview mit RTL aufnehmen, aber ich habe es da gekackt, Leute. Wir haben hier so einen Stand, der ist jetzt irgendwie leer hier am stehen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie so ein Interview standen oder whatever. Ich setze mich jetzt einfach mal hier hin und warte mal, bis vielleicht wieder kommen wird. Hast du eine Wolfsburg-Karte? Musst du draufhalten. Kriegst du sonst hier auch drauf. Wir müssen aber auch draufhalten. Was ist hier draufhalten? Ist unbötig. Das sieht doch gar nicht. Okay, tatsächlich, die Leute kommen hier an, weil die denken, ich bin hier jetzt in einer Auskunft mit Serbien-Stadt. Hallo, denken Sie, ich bin in einer Auskunft? Achso, hier ist ja gar keiner. Hier am Start. Ja, komm mal, nee. Kommt hier her auf Serbien. Wir haben die Starts. Rennen. Rennen, in dir, aus Rennen, ob ich sag. Ah, okay, okay, nice. Jo, danke euch auch. Viel Spaß. Wir müssen Ihre Karte hier auflegen. Ich hab doch nur so was. Ja, können Sie auch auflegen. Achso. Sie will 20 Euro aufgeladen. Nee, muss noch mal auf den Knopf drinnen hier. Was? Was lade ich jetzt auf? 20 Euro, kriegen Sie ein Geschenk. Was geht mit? Ja, das ist ungewilchig, die Karte. Ungewilchig ist die Karte. Mr. Grünling. Ist das eine Fälschung vielleicht? Das ist eine Fälschung, nicht mehr. Ist das eine Fälschung, nicht mehr? Nein, das ist eine Freikarte. Oh, da haben wir ein bisschen Probleme mit. Achso, das ist doch eine Originale. Nee, aber da kann ich nicht weiter, ich bin ja nicht für ihn zuständig. Wollen Sie ein Freibier? Freibier? Okay, wir versuchen, es wäre. Haben Sie heute auch eine VML-Karte gekauft? Haben Sie auch eine Braunschweig-Dauerkarte? Braunschweig-Dauerkarte, nein. Ich hab hier von VML die Dauerkarte. Ich hab sie nicht so gern gesehen. Ah, schnall davon. Leute, ganz schnell rein, die Spieler werden angesagt von Deutschland. Ich bin Kai! Und die 93. Kai! Wir begrüßen den Bundestrainer Joachim! Ich bin Kai! Ich bin Kai, ich bin Wolfsburg in der Wolfsburg-Arena. Komm, hier mit sechs. Sieben das Spiel, Deutschland gegen Serbien. Und echt, sie sind zurecht. Einzündung, ich habe. Also, das ist sehr, sehr gut, Freunde. Also, das ist momentan der Halbverstand. Wenn was Neues kommt, Leute, ich melde mich auf jeden Fall. Okay, Zwischenstand, es steht jetzt 1-1. Und ich habe in der Halbzeit jetzt nicht gefehlt. Oh, ich habe eine Insta-Story wahrscheinlich eingeblendet. Das Stand ist nämlich 1-0 für Serbien. Jetzt mittlerweile steht es 1-1. Und Serbien hat eine rote Karte bekommen. Deutschland und Serbien sind 1-1. 1-1, Leute, ihr habt gehört. 1-1 geht das Spiel jetzt aus. Deutschland gegen Serbien. Ziemlich geiles Imposive Spiel. Zeit gegen Urteil, schnell rum. So, Freunde, ich bin jetzt wieder zurück aus Wolfsburg. Es ist jetzt mittlerweile schon der nächste Tag, Freunde. Ich weiß, meine Haare sehen ultra scheiße aus. Deine Haare sehen immer scheiße aus. Halt doch mal die Frössenspiegel. Du hast doch nicht mal Haare. Leute, ich weiß jetzt, ich habe nicht so viel gefilmt gestern in Wolfsburg. Das lag einfach daran, weil alles so rasant war, so viel passiert ist. Und ich gar nicht daran gedacht habe, zu filmen. Endstand war auf jeden Fall 1-1. Ich glaube, das habe ich sogar eingeblendet. Ich weiß, das Video war ziemlich wild und durcheinander. Wenn es euch trotz allen Dingen gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Hier unten seht ihr jetzt die Ehremänner des Tages eingeblendet. Wenn du auch der nächste Ehremann oder die nächste Ehrenfrau des Tages werden willst, dann ganz einfach join dir das Army, in dem du ein Abo dalässt. Und schreib hier unten noch einen Kommentar rein, damit ich dich auf jeden Fall auch auserwählen kann. Hier unten kommt ihr aufs letzte Video. Da habe ich Siri. Da wurde zu aufgefordert, die Polizei anzurufen. Also auch sehr interessant. Und hier unten kommt ihr auch nochmal zu meinem Call der EU-Video, wo ich Abgeordnete von der EU angerufen habe. Und wie immer gilt, Leute, haut den Like-Button blau und den Abo-Button grau. Und dann würde ich sagen, dass wir sehen, wir uns morgen beim nächsten Video. Und ciao!